Erfolgreich konnten wir den Sieg im großen Duell der Giganten für uns beanspruchen, meine lieben Freunde. Und nun zur nächsten Kampfmission starten, nachdem wir ja in der letzten Folge noch einmal ganz kurz ein paar Quests erfüllt haben, um uns einfach ein bisschen so im Allgemeinen zu stärken, soll es nun weitergehen. Und ja, deshalb begrüße ich euch natürlich zurück hier bei Dragon Quest. Hiru zu Hüta-Gono Toyo-Gono Wadi. Und ihr seht das schon im Hintergrund, dadurch, das war ja in der letzten Folge von diesem alten Schmiede-Sack da, die Quest erfüllt haben, können wir wahrscheinlich jetzt neue Waffen kaufen. Und deshalb gehe ich mal ganz schnell hier zu dem muskelbepackten Kraftprotz und frage ihn einfach mal, ob er hier was Schönes für uns hat. Und das hat er in der Tat. Und zwar hier ganz neue, starke Waffen. Und das ist natürlich nicht schlecht. Hier haben wir die Eis-Zwillingsschwerter. Und das sind blau funkelnde, aus Eis bestehende, tolle Schwerter. Und da kann ich nicht Nein sagen, wenn ich solche Klingen sehe. Schlag ich doch gleich mal zu und ihr seht das. Meine Güte, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Der schöne Eiskrieger Rasel wurde gleich mit entsprechenden Waffen ausgeschmückt. Und es gibt natürlich viel mehr Klingen und so weiter und so fort. Und selbst, oh Gott, oh Gott, für hier den guten Caesar eine neue Waffe. Die kann man uns aber nicht leisten. Oh, und den würde ich doch am liebsten hier gleich den, äh, Dragon Buster geben, ja. Das ist ja klasse, ein Drachenschwert. Entsprechend auch geschmückt. Wäre doch schön für den Krieger. Was haben wir denn noch hier? Ähm, die King-Axe. Und hier noch, äh, Kampfernschuhe. Und so weiter und so fort. Ihr seht das hier. Den Rechenschieber der Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob ich dafür so viel Geld ausgeben würde. Aber hier haben wir noch, äh, silberne Tarotkarten. Den Mundfächer. Oha. Dann hier den tiefroten Bumerang. Äh, hier auch Drachenkampfhandschuhe. Und hier den Sidewinder. Was haben wir da? Magical Stick. Für sie hier im Magier-Modus. Und hier noch einen Stab. Und so weiter. Ihr seht es, es gibt Waffen noch und Löcher. Wir können hier alles holen. Aber ich möchte eigentlich die Waffe für Caesar haben. Gerade weil wir jetzt ja vor dem großen Kampf stehen. Kann ich nicht irgendwas verkaufen? Ganz kurz hier. Kleinigkeit irgendwie. Ein Orb oder sowas. Irgendeinen Orb, den wir gerade nicht brauchen. So ein Orb hier. Ist der, ist der gerade ausgerüstet? Ne, komm, ich verkaufe jetzt einfach ganz, ganz heimlich einen Orb. Ich weiß nicht, wer den hatte, aber ist egal. Einfach jemanden den Orb geklaut und verkauft, damit wir hier... Moment, wo ist das denn? Hä? Nein, ich will nicht verkaufen. Halt. Wow. Wir müssen das kaufen. Und zwar hier. Dragonbuster. Jawoll. Und gleich anlegen. Hohohoho. Damit sind wir gerüstet. Und jetzt will ich gar nicht lange warten, sondern die Waffe muss auch erprobt werden. Lula. In die nächste Mission. Wir können uns direkt reinlulern und machen das zugleich. Wir fordern keine Hilfe ein. Das machen wir erst, falls wir denn verlieren sollten. Dann können wir immer noch im Internet einen Hilfeschrei ausposaunen und hoffen, dass ihn jemand erhört. Aber bis dahin, machen wir es alles in feinster Eigenregie. Wir können uns gleich wiederholen, wenn wir uns wiederholen, dann können wir uns wiederholen. Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für heute. Das sind doch noch tatkräftige Unterstützung aus zwei weiteren Neuankömmlinge. Meine Güte, es gibt ja anscheinend wirklich sehr, sehr viele Charaktere in dem Spiel. Ich bin sehr erstaunt und da spricht auch schon eine der Neuen, die wir ja schon aus dem Vorgang erkennen, die gute Alina. So, was? Ihr kämpft mit uns an unserer Seite jetzt? Miner, bist du doch Miner, oder? Ah, es ist lange her, dass wir uns gesehen haben, ihr beiden. Meine große Schwester und Torneco sind auch hier. Oh, 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 was? Mania und Torneco, die sind alle hier? Meine Güte, es ist schön, euch hier wiederzusehen. Und da spricht ein Krieger von Odenka. Was, wer seid ihr überhaupt? Das sind Gesichter, die ich noch nicht gesehen habe. Jedenfalls helft ihr uns im Kampfe? Also, äh, das ist ja zwar ein bisschen plötzlich, aber ich erkläre gleich mal unsere Vorgehenweise, unsere Strategie, unsere Kriegskunst. Und es gibt anscheinend hier mehrere gegnerische Armee-Einheiten, die aus drei Richtungen zum Angriff stürmen. Und wir müssen deshalb, äh, die Kampflinie gehalten. Und deshalb haben wir im Osten die Truppen Jaiwals, im Westen die Truppen Kleteas und im Zentrum unsere Truppen, also die Truppen Odenkas. Wenn wir, äh, fallen, also wir die, die das Zentrum, ähm, verteidigen, dann werden unsere Kameraden voneinander getrennt. Und das würde unsere aller Niederlage bedeuten. Also, kurzum heißt das, wir sollen alle Monster, die sich nähern, die sollen dann besiegen und die vorderste Front beschützen, oder? Ja, also, überlass das einfach mir, Alina, ich schaff das schon alleine. Na, da bin ich mal gespannt. Wir sollen also hier im Zentrum bleiben, ne? Alle besiegen, heißt unsere Mission, ah, Mission, und dann werden wir gleich so angegriffen. Ankelhorn schreit hier. Er will alles töten. Ja. Kann er versuchen, wird er hoffentlich keinen Erfolg mit haben. Boah, da kommen auch schon hier Steinmänner. Okay. Okay, es würde unsere Niederlage bedeuten, wenn die Truppen Odenkas fallen. Das heißt, wir müssten jetzt, äh, dem Soldaten da unseren Schutz anbieten. Und das machen wir, wo man hier das Skelett mit ausfällt. Ah, verdammt. Du kämpfst mal von hier und wir kümmern uns von hier weiter um unsere Gegner. Jawohl. Er soll so mal einfrieren und wir hauen dann von hier noch mal ein bisschen drauf. Muss man ganz kurz auf die Karte gucken. Alter, ich komme hier gar nicht mehr raus. So. Wir müssen unbedingt eher den Stoneman besiegen. Denn die gefährden hier unser Schutz, unseren Schutzcharakter, ja. Den wir beschützen müssen. Stirb. Jetzt soll er endlich mal fallen. Meine Güte. Die teilen ganz schön aus, ja. Da kommt ein weiterer Stoneman. Und das ist, glaube ich, die größte Gefahr. Der Stoneman, der hier gezielt... Das ist ja unglaublich. Gezielt auf den einen Soldaten hier rauf prügelt. Das heißt, wir müssen ihn ganz schnell zu Fall bringen. Alter, warum stirbt der nicht? Das gibt's doch gar nicht. Mann, ist der hartnäckig. Jetzt haben wir hier noch einen Erzdämon. Einen Arkdemon. Ja, halt mich mal. Genau so soll's sein. So, Cäsar. Wir brauchen dich. Mein Freund. Mh. Kann mir alles hier um die Ohren fliegen. Ist mir egal. So, du heilst und... Du schießt, Angelo. Los! Jawoll. So, er ist besiegt. Und wir haben das erstmal geschafft. Aber nein! Der König von Daral. Sterbt, sagt er hier. Und was macht er? Oh, oh. Torwächter erscheinen hier. Es war nicht nur einer. Zwei. Oder sogar drei. Oha. Vier. Man sieht's auch oben rechts auf der Karte. Vier Stück. Ich nehm mal ganz schnell die Coins hier mit. Und es kommen noch mehr. Das heißt, wir kümmern uns jetzt mal ganz schnell um die Torwächter hier. Die hier schon... ihre Kreaturen aus Feld schicken. Aber... bin bereit, sie aufzuhalten. Und zwar, indem ich die Torwächter direkt attackiere. Stirb! Also dann. Haha! Und noch ein bisschen. Der ist tot. Und ich kümmere mich gleich um den nächsten. Nachdem ich hier die Münze eingesammelt hab. Oh Gott! Ein Eliminator ist das. Den will ich mich eigentlich gar nicht so lange abgeben. Aber er muss sterben. Bevor er hier eine größere Gefahr darstellt. Was ist denn hier los? Komm hin! Müssen wir dich aber wirklich mal hier killen. Wir haben doch gerade erst ein neues Schwert geholt. Um die noch schneller zu besiegen. Und was passiert? Nichts. Gefrieren wir die mal. So. Der soll uns mal helfen. Zugleich auch die zwei Skeletter. Jetzt wollen wir das Tor hier schließen. Okay. Du schießt von hier. Und du hilfst uns auch. Außer Distanz ein bisschen. Und das war eben mal hier die Gegner zu Eis lächeln. Und ich hab immer Angst ein bisschen, dass ich hier zu viel Zeit aufwende. Aber die Tore müssen geschlossen werden. Genau. So, den Eliminator überlasse ich hier meinem Kameraden. Und in dem Sinne gehe ich jetzt mal wieder zurück. Die Skeletter werfe ich weg, damit ich hier die Münze einsammeln kann. Man sieht nämlich, da vorne kommt schon ein Stone Man. Ganz gefährlich. Da sind die Truppen noch geschützt. Aber nein. Ach, das sind alles Gegnerische. Oh Gott, oh Gott. Ich schicke ihn mal hier. Achso, da können wir ihn verwandeln. Okay. Ah. Wollen wir hier mal ein bisschen das Feld räumen. Genau so. Aber ich denke, unser Eliminator wird ihn jetzt hier ein bisschen bewachen. Das ist ganz gut. Kriege ich die Münze nicht mit? Nein, immer noch nicht. Dann muss ich ihn wegwerfen und ihn mitnehmen. So. Der Stone Man ist am gefährlichsten jetzt. Wie ich hier finde. Deshalb muss der besiegt werden. Nochmal, komm. Da hagelt es hier. Pfeile. Das ist sehr gut. Komm ins Wanken. Aber kein Problem. So. Der Eliminator folgt. Stülp. Genau so soll es laufen. So. Uah. Verdammt. Dann zaubern wir mal ein bisschen. Durumoa. Jawohl. So und können gleich hier die Stone Man Münze mitnehmen. Da kommt der nächste Gefährder. Aber. Auch mit dem werden wir fertig. Gefriere. Oder stirb. Kann er nicht aussuchen. Genauso wollten wir das sehen. Und. Dann legen wir gleich nach. Verdammt. Aber er ist geschwächt. Das ist sehr gut. Und ich glaube wir schlagen uns bisher ganz gut. Wir haben zwar ganz zu Beginn des Kampfes ein bisschen was einstecken müssen. Aber das war. Ist zu verkraften. Gewesen. Genauso machen wir das. Komm her. Was versuchst du denn überhaupt noch? Okay. Der Torwächter. Bewegt sich jetzt langsam auch. Kann er mal machen. Denn wir werden ihn jetzt erstmal nochmal schnell einstampfen. Hm. Wirbeln wir hier einmal richtig nochmal Staub auf. Und das war's schon. Gefriert doch alle. So. Du musst mal heilen. So. Und wir sehen. Das war der letzte Torwächter. Vernichtet sie. Oh. Ein Ballsack ist erschienen. Und zwar direkt. Bei uns hier oder nee. Wo? Wo war der jetzt? Oh nee. Der erscheint in der Mitte. Das heißt wir müssen mal ganz schnell. Von hier ab. Weichen. Und dorthin gehen wo er kommt. Ist das hier vorne? So. Da ist er. Den müssen wir jetzt besiegen. Bevor der. Unseren. Schutzbeauftragten. Den tötet. Machen wir eben platt. Denn der kämpft hier mit Eis. Ganz gefährlich. Okay. Die Jai-Wal-Nilsischen Truppen scheinen. Fast besiegt zu sein. Aua. Oh der teilt aus. Wir wollen jetzt erstmal die Bestie ja besiegen. Ausweichen und angreifen. Das war nicht schlecht. Genau so. Okay. Mh. Das war nicht schlecht. Aber hat nicht gereicht. Aber bald haben wir hier auch unsere Tension Kraft gesammelt. Also dann. Los geht's. Ist zu schnell. Nein, 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 nein. Nicht so fix. Direkt ins Gesäß. Ein gründer Kuros hineingejagt. Ein großes Kreuz. Und dann noch ein paar Pfeile der. Mein Freund, du wartest mal. Warum rennt denn der einfach so schnell? Woran? Kämpf gegen mich. Oh, oh. Jetzt ist unser Typ da gefährdet. Was soll das denn heißen? Gegen ihn kämpft denn der da unten? Gleich mal gucken gehen. Ich hoffe wir schaffen das. Es wird langsam echt bremzlich. Aber wenn der erstmal unten angekommen ist, dann sieht es gleich noch schlechter aus. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall verhindern, dass er ankommt. Kann sie nicht auch mal ihre Tendelkraft endlich füllen? Was ist denn los? Verdammt. Bleib. Ah. Mh. Ich versuche ihn zu gefrieren. Bevor er es tut. Genau so. Genau so. Skelett noch ausspucken kurz. Noch ein bisschen. Aua. Hab ich aber wirklich genug. Jetzt machen wir hier die Super-Party-Kombi und besiegen damit diese Kreatur. Und damit flüchten jetzt auch die Kreaturen. Das heißt, wir haben es erstmal geschafft. Genau. Und die unterstützen jetzt die Ostfront. Das Zentrum ist sicher. Und jetzt sollen wir Jaiwal unterstützen. Und da stöhnt er. Was passiert? Warum stöhnt er? Ach du meine Güte. Schon wieder so viele Monster-Portale? Da wäre ja kaum eine Chance, wenn das so viele tatsächlich jetzt sind. Einer nach dem anderen kommt hier. Aber wir können von hier nicht verschwinden. Es gibt nur einen Weg, den wir jetzt nutzen können. Wir beschützen das Zentrum. Und ihr macht euch auf an die Ostfront zu den Truppen Jaiwals. Ja, das würde ich am liebsten machen, aber das Zentrum ist hier in großer Gefahr. Kein Problem, überlasst das uns. Ich und Cliff werden alles daran setzen und hier kämpfen. Wir treffen uns danach. Ja, also passt auf euch auf. Tut uns leid. Wir setzen auf euch und wir treffen. Wir schaffen das schon. Und deshalb laden wir nochmal. Also es ist ja wirklich wieder ein episches Gefecht, was wir hier gerade bestreiten. Und das ist die nächste Front, die wir hier sehen. Oha. Das ist der General von Fairnork und der sagt, wir sollen sterben. Aber General Jack gibt ihm ihr Kontra. Genau, mach sie fertig hier, du. Oh, die sind ganz schön in Gefahr, erkennt hier unsere Seite. Aber wir helfen natürlich. Aua. Wir geben alles, um hier jetzt mit aufzuräumen und die Gegner zurückzuschlagen. Und zwar indem wir hier den General von Fairnork besiegen. Es wurde eine Zauberkraft versiegelt. Okay. Okay. Der Prinz von Jival ist da, um seine Truppen zu retten. Und das schafft er auch. Nimm das! Jawohl! Geschwächt, wie er ist, schlagen wir gleich hier drauf ein. Und gefrieren ihn. Mit unserem Schatten im Gepäck darf das kein Problem sein. Wenn erstmal der gegnerische General gefallen ist, dann haben wir sehr, sehr gute Karten. Nimm das! Okay. So, ein Unterstützer-Tor öffnen wir jetzt. Um hier ein bisschen Verstärkung reinzuholen. Und da kommt ein Oni-Kombo raus. Kuh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh. So, also dann zeigt uns, was du kannst. Und er hilft, er hilft uns jetzt. Ich glaube nicht, den hätten wir gebraucht, denn der General von ihnen ist gefallen. Und im Zentrum haben Alina und Quift wieder ordentlich das Ruder gedreht. Oha Oh, 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 oh Und wir werden natürlich auch nicht verlieren Sondern so gut Kontra geben, wie wir können Oha Okay So, noch irgendwie effektiv unsere Attacke einsetzen Um zumindest die größeren Brocken hier zu erledigen Oha So, jetzt ist ein Wächter erschienen Um hier die Portale aufzubrechen wahrscheinlich Und das ist er hier Ich hole mal hier meine Unterstützer aufs Feld Aua So Jetzt aber Oh nein Wie näher Dabei wollte sie gerade ihre Attacke doch machen Wo ist sie nur hin Erstmal muss ich ihren Leichnam finden Dem ganzen Alter, ist ja Jetzt gerade ist es echt heftig, muss ich sagen Ich sehe nämlich hier gar nichts Wo ist sie denn Auf der Karte kann ich auch Da kann ich auch kaum was erkennen Die ist irgendwo an der Wand, hängt die Meine Güte So, und jetzt ist das Äh, der Bannwall verschwunden Und dort ist der König von Fernock Sterbt, sagt er Ja Ja, ich Ja, aber erstmal muss ich hier meine Leute wiederholen Jetzt geh mal weg Der trampelt auf Der trampelt hier auf Unser toten Kameraden rum Und sie soll erst mal Heilen Das war nicht nur einmal, sondern zweimal Boah, was geht hier ab Okay Müssen wir euch hier erstmal ein bisschen aufräumen Denn sonst verlieren wir hier wirklich den Überblick langsam Mittlerweile wird es echt schwer hier Überhaupt zu erkennen, was passiert Hat ziemlich cool gemacht, muss ich sagen Okay Jetzt wird hier General Jack ganz schön in die Zange genommen Heißt, wir müssen ihn jetzt erstmal unterstützen Das schaffen wir aber auch Der Hellcrasher muss weg Der muss verschwinden Oh oh Heil du mal hier Los Erstmal versuche ich jetzt Die größeren Generäle hier zu besiegen Von den Gegnern Bevor ich dann Den König von Fernock angreife Um Letztlich den Kampf für uns zu entscheiden So Der ist besiegt Der wird ihm gleich folgen Ah, verdammt Minea, kannst du mal schnell heilen? Anscheinend kann sie es nicht So viel hier zur AI Die ist nicht wirklich sehr Ausgeprägt Verdammt Was schreibst du mich an? Hier will ich hin Jetzt haben wir hier genug von ihm Oh oh, wir sind vergiftet worden So, tanzt du mal Jetzt werden wir den König vernichten hier Wenn wir hier mal aus einem Mannkreis rauskommen Würden Das müssen wir mal manuell heilen Weil sie es ja nicht macht Okay Die Zeit ist gekommen Was für eine Zeit Am Schatten erscheinen Aber wir werden Das Ganze unterbinden Da haben wir ihn hoffentlich irgendwie erwischt noch, ja? Jetzt haben wir auf General Jack geschossen Aber wir haben ihn trotzdem getroffen hier Beschwören jetzt hier die Schatten Die uns auch helfen Und zwar richtig Da hat der Gegnerische König Keine Chance Wenn alle auf ihn einpreschen So Wir hauen gleich alles raus, ja? Was hat es denn für einen Zweck Das alles noch zurückzuhalten So, er ist aber immer ganz schnell weg Aber wir treffen ihn trotzdem Das ist gut Und damit ist er besiegt Und zwar Endgültig Und er ist tot Anscheinend All seine Unterstützer verschwinden Er lacht und sagt Dass die Truppen jetzt weiter vordringen können Aber jetzt sind die Truppen von Kretia in Gefahr Im Westen Da müssen wir natürlich jetzt auch hin Eilen wahrscheinlich So, jedenfalls Wir kehren jetzt zum Zentrum zurück Wahrscheinlich Und müssen dann Den Leuten hier Den Truppen von Kretia helfen So, okay Wir werden das machen Und Ihr kümmert euch um den Vorstoß Und drückt die Haupteinheit Vom König von Darlal zurück Aber dann Sind sie doch Cesar Nein, okay Wir werden natürlich Ihnen und ihrer Urteilskraft glauben Und wir beten für Ihren Sieg Ja, wir hoffen auch Dass es euch gut geht Weiterhin Also dann Wir bitten euch drum Weiter vorzudringen Okay Und ich bitte erstmal um eine Ladezeit Ja, genau Das ist gut Lade, lade, lade Oh, und da sind wir schon wieder Und Armlaien Schreien hier Ich töte euch Ich zerreiße euch Oh, 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 oh Das sind Gegner, oder? Die Armlaien? Ich glaube schon Und die Königin von Kretia Ist ziemlich in Gefahr Man sieht das Deshalb Ich renne jetzt einfach mal durch Und rette sie Die Rettung der Königin Heißt die Mission Und da eilen wir doch mal gleich Zu ihrer Hilfe Wo ist sie denn? Ist sie da oben? Okay Ich renne einfach durch, oder? Ich renne noch Ich renne noch hier durch Königin ist additional tot Kann ich mich noch nicht mit dem Zeug abgeben Ich kümmere mich um den Drachen da Denn der ist Wie soll ich das schaffen So schnell da hoch zu kommen? Denn der Drache ist der Wächter Das Bann Der Bannwand dort Ach man, ey Jetzt Verliere ich hier Den Fokus komplett Komm, verreck Meine Güte, ey Jetzt geht es hier aber wirklich Ein bisschen zu sehr zur Sache, oder? Was haben wir denn jetzt? Was passiert denn? Prisnian? Haben wir so eine Katze? Oh Gott, ja Das ist ein Assistant Type Monster Das beschwören wir gleich mal Wir brauchen jetzt Jegliche Unterstützung Die uns Zukommen kann Ich wollte eigentlich auf ihn wechseln Denn er hat Gerade seine Power voll Und die nutzen wir Zugleich Ohne groß zu zögern Um hier Die Bannwand aufzuheben Und weiter zu rennen Kann ich nicht mal Rasell schneller laufen? Ich glaube, ne? Moment, ich heile mal kurz Und so erstmal laufen Ich sammle hier ein paar Münzen ein Währenddessen Und ich renne und renne Und hoffe, dass ich jetzt noch zeitlich da bin Ich verstehe nicht, warum in der Selle nicht geheilt wurde gerade Ach, noch ein Bannwall Ist ja furchtbar Wieder beschützt von einem Drachen Na, klasse Das soll unser Ziel sein So, und du heilst jetzt bitte mal Wofür bist du denn überhaupt Ey, wofür nehme ich die überhaupt mit, wenn sie nichts macht? Deshalb sage ich Wir sollten lieber Teresia Auf Heilung trimmen So, die setzt jetzt auf eurem Kopf Und hilft uns Und das tut sie effektiv Indem wir hier dem Drachen seinen Hintern polieren Genauso wollten wir das sehen Damit bricht die Wand ein Und wir können Der Königin zu Hilfe schreiten Das wird auch echt Zeit Nein, nicht anvisieren Okay So, wir sind da Und müssen jetzt mit dem Gegenangriff starten Boah, wie viele Löwenwesen hier auch sind, ne? Da kann ich eigentlich nur so raufhauen Anders kommen wir ja gar nicht voran So, schwächen wir sie und Versuchen sie dann zu vernichten Okay Alter Meine Güte Das ist jetzt aber echt Ganz schön heftig Das sind zu viele Gegner Okay, also Die Jaiwa-Truppen scheinen auch erfolgreich gewesen zu sein Nur wir müssen jetzt noch zeigen, was wir können Aber es ist echt schwierig Wenn hier einfach Es sind so viele Gegner Dass ich mich kaum bewegen kann Also hier müssen Wir müssen erst mal ein paar Von den Löwen sterben Ach du Scheiße Im Vorgänger hat man mal gegen einen davon gekämpft Ja, oder maximal zwei Und nicht gegen 50.000 Ich kann mir ja Ich komm mir kaum auf die Beine wieder Ich klipp schon in der Wand Also ein bisschen sehr übertrieben Gerade Muss ich mal ganz dezent anmerken Wir schaffen es zwar jetzt irgendwie, aber Wirklich nur Ganz knapp So Lächeln wir ihn mal an Und da kommt auch noch Der König von Modias Mit 10.000 weiteren Kameraden Als wenn wir nicht schon genug Greifen hier hätten So Dann gefrieren wir mal hier ein bisschen Vielleicht hilft uns das ja ein bisschen Weiter Ich hoffe es doch Okay Puh Das ist echt ein heftiger Kampf Dazwischen jetzt hier der König von Modias Und seine Handlanger Also wer Masse schlachten Mag der Wittis Spiel auf jeden Fall lieben Wie ihr seht Das ist also wirklich krass Und du musst mal heilen Dafür hab ich dich ja mitgenommen Immerhin So Gefriert Wir nutzen das Mit unserem Freeze Blade Werden wir die jetzt hier Vermöbeln Oder auch dabei selbst drauf gehen Und jetzt wird es sehr gefährlich Weil wir nur einmal noch Heilen können Oh Und ich finde Dass wir vergleichsweise Langsam Level steigen Oder Dafür dass wir Viele Große Kreaturen besiegen Kriegen wir relativ wenig Erfahrungspunkte anscheinend Das heißt Hier muss es auch Eine andere Art geben Aufzupowern Wahrscheinlich auch Indem man Metallschleime tötet Sterbt Sagt er hier Aber wir werden nicht sterben Wir schaffen das schon Werden wir denn noch Richtig heilen Und gleich unsere Tension Kraft Wieder aufpowern So Der König liegt Das heißt Wir prügeln rauf Denn wenn er besiegt ist Ist auch seine Armee Am Ende Und dafür sorgen wir jetzt Komm Stirb Jetzt wollen wir Ihn nochmal richtig Einverpassen Nein Nicht da hinten an Wir sehen hier vorne Hier spielt die Musik So Du heilst nochmal Was machst du denn da hinten Stirb Okay Jawohl Das sitzt Das sitzt Und nimm das Jetzt dürfen wir ihn gleich besiegt haben Und damit auch Diesen Teilkampf Für uns entscheiden Noch lebt er Die Betonung liegt auf Noch Der Nasell wird es jetzt Beenden hier Und so fällt auch der König von Modias Damit bleibt nur noch Einer übrig Der König von Dadal Verschwindet Wir waren siegreich Sehr cool So wir haben einen Bericht Anscheinend wurden alle Monster Im Zentrum besiegt Und Jetzt sind nur noch Die Haupttruppen von Dadal Übrig Das ist eine gute Botschaft Also Wenn wir weiter kämpfen Dann schaffen wir das Also Ich bitte euch noch weiter Euch ranzuhalten Und noch weiter zu klotzen Also Jetzt wo der Sieg nahe ist Sollte man da Nicht die Deckung verlangen Wir müssen also weitermachen Und jetzt erstmal Dem Packbewahrer Auch hier Bericht erstatten Und zu den Haupttruppen Zurückkehren Also man sollte nicht Zu vorallig Auch reagieren Und Es wäre besser erstmal Unsere Truppen Zu sammeln Das denke ich auch Sagt hier Cesar Und wir sollten auch Den Truppen Orenkas Im Zentrum Und den im Osten Von Jaiwal Bericht erstatten Ey was Jetzt bin ich doch gerade So aufgepowert Ja ich will gerade Gleich weiterkämpfen Hier Jetzt können wir gleich Fortstoßen Aber Warte doch mal Moment mal Das Hast du der Könige nicht zuhört Wir müssen auch ruhig bleiben Und dürfen nicht hier immer nur Vorstürmen Ähm Also es tut mir leid Nasell Und es stimmt Wir sollten jetzt auch erstmal Uns mit Alina Und so treffen Und Das hier erstmal Abschließen Vorerst So Oh Da seid ihr ja Ihr beiden Oh was ist das für ein schöner Thron da im Hintergrund Oh Schön Jedenfalls Wird hier weitergequatscht Von Torneco Alina und Clift Ihr seid in Ordnung Das ist gut Das freut mich Das wollte ich gerade sagen Torneco Meine Güte Ist ja ziemlich Viel passiert Hab ich ja erfahren Hab mir Sorgen gemacht Um euch Genauso sieht's aus Sie hat sich Äh Um euch gesorgt Obwohl sie selbst Im Kampf Begriffen war Ähm Seid ihr hergekommen Weil ihr wusstet Dass irgendwas mit uns ist Dass wir in Gefahr sind Ja genau Ich habe in meinem Traum Eine seltsame Stimme gehört Die hat mir das gesagt Dass ihr in Gefahr seid Äh Und zwar hab ich erfahren Dass hier eine Großer Krieg In Aufbruch ist Der die Welt Äh Erschüttert Und deshalb sind wir gekommen Um euch zu retten Ähm Wir sind also aus dem Schloss Sandheim Aufgebrochen Um euch zu suchen Und sind dann hier Aufgetaucht Aber wo sind wir überhaupt Hier Äh Denn unterwegs ist Ich muss es eingestehen Ist mir etwa peinlich Haben wir den Weg verloren Und äh Haben uns verlaufen Und dann sind wir Auf einmal an Orten gewesen Die wir noch nie gesehen haben Kann es sein Dass wir uns in eine andere Welt verlaufen haben Ich mach mir ein bisschen Sorgen darum Ach Knift Mach dir keine Gedanken Du hast aber recht Es ist so Wie zu erwarten von dir Du bist echt Ganz schön schnell Bei Begriff Äh Was Beruhig dich Knift Ähm Egal wo wir sind Äh Es ist gut Dass alle in Ordnung Und gesund und munter sind Und wir sie getroffen haben Es tut mir leid Gerade wo wir in guter Bester Stimmung sind Aber Äh Wir sollten uns jetzt Nicht so sehr Auf diesen Details jetzt Äh Verfestigen Denn wir haben keine Zeit Der Kampf ist noch nicht zu Ende Ihr heißt Alina und Krift Nicht wahr Wir haben uns zwar gerade erst getroffen Es tut mir leid Aber Wir sind jetzt halt In dieser Lage Dass wir jetzt weiter kämpfen müssen Würdet ihr uns helfen dabei Selbstverständlich Sagt Alina Aber deshalb sind wir hierher gekommen Nicht wahr Krift Ja genau Ähm Wir würden niemals unsere Wichtigen wertvollen Kollegen Hier einfach im Stich lassen Die vor so einer Gefahr stehen Das können wir nicht Also dann Dann äh Danke ich euch Und äh Hoffe dass wir fortan gut Zusammenarbeiten können Und Alina und Krift Haben wir somit Zu unseren Kameraden zugefügt Und die kennen wir ja schon Aus den Vorgängern Und das Dementsprechend Beziehungsweise aus dem Vorgänger Dranker Series Und natürlich aus Den älteren Teilen Der Reihe Deshalb wissen wir auch so ein bisschen Wie die ticken Und wie die kämpfen Also dann Jetzt kommt der letzte Kampf Wartet auf uns Ähm Wir greifen die Haupttruppen Von Darlal an Und werden diesmal Den Kampf für uns bestürmen Jetzt noch ein paar Tipps Zu Alina Wie die kämpft Die ist relativ fix Bei der Sache Und kann schnelle Kombos Äh Von sich geben Und mit Dreieck Können wir dann halt Gute Vorstöße machen Und wenn wir gedrückt halten Einen total starken Angriff starten Ihre Spezialfertigkeit ist die Bok Bokudit Ken Und äh Die kennen wir ja auch Und das ist natürlich Ganz schneller Schlag Und bringt großen Schaden Und Ja Ne krasse Kombo Und Krift ist ein Lanzenkämpfer Hat ne große Reichweite Und Ist sehr stark Und seine Fertigkeit Ist zu Kult Seine Spezialfertigkeit Mit der er Die Verteidigung Seiner Kameraden Steigern kann Und das kann man gut Im Kampf gegen Gegner Starke Gegner benutzen Und weitere Informationen Kriegen wir im Actionmenü Das wissen wir Das kennen wir Und da sind wir bereit Jetzt kriegen wir erstmal Noch unsere Erfahrungspunkte Und im nächsten Kampf Geht's direkt zur Sache Aber vorher Kehren wir noch einmal Nach Hause zurück Nach Sebion Um nochmal Kraft zu tanken Und diese Folge Langsam ausklingen zu lassen Denn die ist Mittlerweile schon Etwas länger geworden Was einfach daran liegt Dass ich Lust hatte Weiterzuspielen Und dass der Kampf Einfach nicht enden wollte So Aber wir sind zurück Munter Heimisch Zuhause Angekommen Und vor Unserem heiligen Altar Sag ich jetzt schon mal Tschüss zu euch Mein Lieber Der herzige Kampf Komme ich ganz in die Bredouille Und verabschiede mich Danke fürs Zuschauen Und wir sehen uns Das nächste Mal wieder Bis zum nächsten Mal Gab's euch wohl Und auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal